Guten Tag ihr lieben Leute und willkommen zur Entscheidung des Buchstaben N und da haben wir 10 Spiele zur Auswahl und mal gucken was uns Random Orc so gibt und es ist die 7 1, 2, 3, 4, 5 Oh, irgendwas stimmt jetzt nicht Ah, was ist hier los? Ja merkt euch mal, wir hatten die 7 so, wir hatten ja die Zahl 7 ich weiß nicht was los ist eventuell, weil ich im Hintergrund kodiere aber wir hatten ja die 7 und das ist Nexus, The Kingdom of the Winds und gucken wir mal, ob das Game existiert GameClaim, Play 3, 2 Level 49 ja gut, ok, werden wir uns mal dieses Game angucken in dem Sinne, euer Zuhaken, ciao